Ihr wolltet immer wissen was eigentlich so mein Lieblingsbus ist. Das da ist mein Lieblingsbus. Ich fahre vorwiegend gerne den Citaro Hybrid. Und warum fahre ich ihn eigentlich gerne? Weil der Spaß macht. Dann wolltet ihr auch noch gerne von mir immer wieder wissen, stelle ich immer diese gleichen Fragen, wo ich nachher komme. Ich komme aus der wunderbaren Region Hannover. Arbeite bei den Hameln und das auch wahrscheinlich gerne. Dann wird auch oft gefragt, was braucht man eigentlich um Busfahrer zu werden? Alexa, welchen Schulabschluss brauche ich um Busfahrer zu werden? Folgendes habe ich im Wort gefunden und übersetzt. Laut digitalocean-spaces.com, als Schulbusfahrer kann ein Abitur oder ein gleichwertiges Abitur erforderlich sein. Ja, ich dachte, da kommt noch mehr, aber gar nicht. Ja, bin ich gerne Busfahrer? Ja, doch. Ich fahre gerne solche Dinge durch die Straße. Macht Spaß! Ja, danke.